Da muss ich hin. Kimchi-Verkäufer. Rocket Cafe. Oh nein. Industrie-Müll ist da. Ja, wir kommen im Spiel heute gut voran. Alles klar, Unitschan, den Schlafstuhl, dann bist du da. Racht. Richtig, Ritani. Richtig, Richtig, Richtig. Richtig, Richtig. Das kriegst du alles doppelt und dreifach zurück, Lunessi. Das weiß ich doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist Galbi? Runde, Lende, Rippe. Was weiß ich? Ah ja. Die selbe Frage hatten sie auch bei Judgment und ich musste da schon grün. Ja, diese fiesen Fragen, das ist ja überhaupt kein Plan. In einer japanischen Küche. Frechheit. Ja, das war's. Soll man davon auch planern, hier kriegst du sowas nicht? Es gibt schon japanische Restaurants, aber, naja, komm mal erstmal rein. Ich muss mir was zu trinken holen, ich hab nicht die. Bei den zahlst du dich ja dumm und dem nicht. Ja, man muss ja nicht jeden Tag da essen, aber, oder beziehungsweise essen kann man da auch bestellen, weil im Restaurant sitzen geht ja nicht, ne? Also, so einmal im Monat würde ich mir sowas schunkeln. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ichioda hat das Gebäude nicht verlassen und Mirror Face auch nicht, sie sind in der dritten Etage. Wie viele von ihnen sind dort? Mindestens zehn, aber es könnten auch mehr sein. Alles klar. Halt die Augen offen und bleib an Ichioda dran. Bin dran. Gehen wir bei einem Kampf in Iijinsho, haben wir den Heimvorteil. Also, zeigen wir den mal, so schnell kann ich doch nicht lesen. Den Heimvorteil. Ich speichere nochmal. Ich kriege jetzt bestimmt voll aufs Maul. Na gut. Klopf, klopf. 24 Stunden am Stück Döner und ich kotze hier alles voll. Boah, da will ich aber auch kotzen. Döner ist zwar geil, aber dauerhaft mhm. Wer ist das denn? So ohne Worte einfach. Okay. Na dann. Wenn ihr nicht reden wollt. Na dann, wenn ihr nicht reden wollt. Ichioda ist der ober Fiesling hier. Dönerworteil. Ja, ich würde mir morgen gern Döner holen. Na dann. Na dann. Das haben wir jetzt. Woordentlich ist es. Vestmacht hat. Okay. Ich bin es. 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 Wenn ich mich, dass du hier Breakfast, dann wohl noch nicht eingelde困 Cela adjustierst. Ich bin es. 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 Schmerz. Sie? Ich esse immer scharf! Ich liebe scharfes Essen. Mir läuft zwar dann immer die Nase, aber dann ist es richtig. Mit viel Knoblauchsoße. Ich esse immer scharf mit Knoblauchsoße. Das ist schön geil. Ich hab voll Hunger jetzt. Ich hasse euch. Ich hab schon Englisch gegessen, also das ist nicht das Problem. Ich mach dir schon immer scharf. Es gibt natürlich auch Grenzen, die mir auch ein bisschen zu viel sind, aber... immer rein in den Wand. Ja. Die Menschen sind komisch. Wir sind die einzigen, die gerne Sachen essen, die weh tun. Ja, irgendwie schon, oder? Wenn man so darüber nachdenkt. Das stimmt eigentlich. Die sind wirklich seltsam. So. Hätten wir auch besiegt. Tiere sind halt weicher, ja. Die Shioda muss irgendwie irgendwo in diesem Gebäude sein. Beeilen wir uns. Okay. Oh, die nächste Gruppe. Verdammt, Kasuga. Warum zur Hölle seid ihr hier? Wegen, ähm, ja. Ich weiß auch nicht warum. Warum schreit ihr schon über Essen? Ich hasse euch extrem lernen. Was soll das? Jetzt wo ich keinen Döner holen kann, ne? Was soll das denn? Boah, was war das denn? Alter. Hm. Wie ist das hier fies so? Wie ist das hier fies so? Ich habe dir gerade erst eine schöne brauche Spritzer mit einem Ei. Hast du dich. Ich halte die ersten Sachen zweimal. Ja, das stimmt. Gutes Essen muss man halt immer essen. Oh, der ist schon üblich. Mit seinen Angriffen, der macht echt Schaden. Oh, der ist schon ein Angriff. Ich habe einen Angriffen. Ich habe einen Angriffen. Oh, ich bin ein Angriffen. Die Kopfschmerzen sind noch weiterhin da. Das ist halt, weil ich mir irgendwas eingeklemmt habe. Deswegen geht es nicht weg. Ich habe noch Rahmen da. Hätte ich auch noch da. Und die sind auch scharf. Oh, kommt jetzt direkt ein Boss-Fight? Na super. Gut, dass ich gerade alles aufgefüllt habe. Ein Boss im Nies. Na ja, jetzt geht es los. Ja, jetzt geht es. Ich bin ein Kind, der ich hier vernetze. Aber es ist immer noch ein kleines Wettbewerb. Deine Heyer. Ich bin genau von der Zeit, wie du... ...ein dein Kind. Das ist zu verstehen. Das ist nicht so. Ich habe auch noch über die Kraft. Das ist ein Hammer-Face, das ist ein Hammer-Face. Es gibt nur eine gute Idee. Das ist so, wie es das? Adachi, das ist die Fahrrad- und Fahrrad-Fahrrad! Alles in die Stücke? Oh, das ist die Stücke? Oh, das ist die Stücke? Das ist die Stücke, die Stücke. Nein. Was ist der andere? Der ist nicht so weiß. Was spielt der Möko? Oh nein. Toll und Adachi 2 ist jetzt auch da. Na super. Das ist für ein D-D-D-D-D-Duell. Der Sound habe ich nicht irgendwo, aber... Wo ist das hier? Toll, beide Gegnern hier. Ist doch scheiße. Oh, was ist das hier? Toll, beide Gegnern hier. Ist doch scheiße. Grüner Button. Nee, habe ich noch nicht geschaut, Neras. Ich habe es aber auf meine, äh... Watchlist gefragt. Ah, okay, jetzt mal. Ist wieder diese ganz tolle Musik hier gerade. Mhm. Ich bin bei Folge 5 und muss sagen, ist jetzt sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Habe ich aber schon auf meine Liste geknackt. Ich bin bei Folge. glucose Táis. Ich bin bei Folge 5. Die Linke ist super. Jetzt kann ich mich auf meine Liste inventieren. Soll das ein. Oh, was ist das ganz zu sehen? Ich bin ein. Dann hab ich mich Notes. Jetzt geht's. Was ist das schon jedes Mal im Moment? Wow, yummy, genau. Genau. Hau dir eine rein. Ich will Eingeweise sehen! Mag der Feuer? Nein. Der Blitz? Boah! Was zur Hölle! Übertreib's einfach! Was ist das für ein Schaden? Ist das nicht schön? Okay. Finde ich ja super. Ja. Ja. Das war's für heute. Nancy-chan, los! Ich würde ja gerne schneller besiegen, was soll ich machen, ich muss erst mal einen loswerden. Ich würde ja gerne 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 einen loswerden. Oh wow Ja Ich kann auch schießen, guck mal Ich mach nur weniger Schaden Ich kann auch ein MP hier aufhören Ich kann auch ein MP hier aufhören Apfel Muss ich nicht um meine Materialien verschwinden Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Was ist das denn? Oh? Was ist das? Ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh Ich bin froh, ich bin froh Ein Masochist Ich bin froh Das ist jetzt echt nicht so gut. Ich kann nämlich jetzt gerade nichts mehr holen. Oh, der ist auf jeden Fall stärker wieder. Super. Okay, übertreibs halt. Alles klar. Wow, das ist okay. Oh, ich lege jetzt mal. Oh, ich mache zu. Oh, ich lege. Okay. Es gibt keine Lösung, aber es hilft ungemein. Ja. Bei denen schon. Boah, was ist der für ein Schaden, irgendwas. Das ist nicht so. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Das ist voll raus von hier. Der Stuhl war halt Made in China, er rät nichts aus. Ja, Psycholoos. Wunderschön. Das ist ein Schaden. 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 Das ist ein Schaden.